Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das eines der wenigen Themen ist, wo ich niemandem das sagen muss. Wo sind wir hier gelandet, Digga? Ey, es ist so grauselig. Wie, wie, wie kommt man im Leben an den Punkt? Das Video heißt Leeroy geht damit jetzt wirklich zu weit, der Bodensatz von YouTube. Kritik bannen, Leeroy treibt es auf die Spitze. Harte Worte, harte Worte, alleine in Titel und Thumbnail. Ähm, dann let's go. Ich habe wirklich schon sehr, sehr viel gesehen und erlebt in meinem jämmerlichen YouTube-Leben. Menschen, die auf Kritik mit feinster Ahoganz reagieren oder Menschen, die aufgrund von Kritik mit Abmahnungen um sich werfen. Das mache ich immer so. Also sobald jemand was gegen mich sagt, da hagelt es Abmahnung. Ich gebe das dann an mein Anwaltsteam, an mein Abmahn-Team. Das ist ein Sub-Team des Anwaltsteams. Und dann regeln die das für mich, dann regeln die das für mich. Leeroy macht, das übertrifft tatsächlich so einiges. Denn er geht halt nicht nur den ignoranten Weg, nein. Er provoziert indirekt auch noch seine Kritiker. Und lädt auch noch Videos hoch, die wirklich Gottloser nicht sein könnten. Und zwar reden wir heute vom Thema Zophili. Ah, davon hatte ich es mitbekommen. Zophila trifft Tierschützer, das Treffen. Zophili ist übrigens das hier. Zum einen werde ich heute auf Michael treffen. Michael ist Zophil und bemerkte schon in jungen Jahren, dass er sich zu Tieren hingezogen fühlt. Er war auch bis vor wenigen Jahren mit seiner Hündin in einer Liebesbeziehung und ist davon überzeugt, dass Geschlechtsverkehr zwischen Menschen und Tieren einvernehmlich sein kann. Also, okay. Ich bin mir relativ sicher, dass es illegal ist. Ich bin mir relativ sicher, dass du nicht ... Also, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist so. Es gibt Safe-Länder, wo das nicht illegal ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es in Deutschland illegal ist. Aber gucken wir jetzt mal was. Er lädt Michael ein, obwohl er von dem weiß, dass er GV mit Tieren hat und das befürwortet. Und wie das einvernehmlich sein kann, bleibt mir ebenfalls ein Rätsel. Denn ich weiß jetzt persönlich nicht, wie Hunde direkt zeigen können, dass sie gerade wirklich Lust auf dich haben. Also, ihr merkt, dass es wirklich ein ... Ja, das Ding ist, dass ein Verhalten von einem Hund ja auch nicht sozusagen ... Also, ein Verhalten von einem Menschen kannst du nicht analog auf einen Hund übertragen. Also, wenn ... Wow. Wenn du denkst, ja, wenn ein Mensch sich so verhalten würde, würde ich ja irgendwie davon ausgehen, dass das cool ist, dann kannst du das nicht auf einen Hund übertragen, weil Hunde verhalten sich halt teilweise anders als Menschen so. Sehr, sehr krasses Thema, sodass D-Ray unbedingt hier drüber sprechen muss, wie ... Chad sagt, das ist illegal im Tierschutzgesetz. Ja, wenn das der Chad sagt, dann scheint das so zu sein. Michael zu dem Thema steht und auch denkt, die Aufklärung ist wirklich super wichtig. Ich meine, Probleme müssen ja angesprochen werden. Deswegen freut er sich halt auch darüber, mit Menschen zu sprechen, die halt davon betroffen sind, die Armen zu fielen. Ich bin super froh, dass ihr beide hier seid und wir haben uns ... Finde ich ein ganz weirdes Setup. Jemanden zu haben, der auf der einen Seite sozusagen sich dafür ausspricht, ein Straftatbestand. Ist das eine Straftat, wenn das gegen das Tierschutzgesetz geht? Das ist wieder mein Jura-Halbwissen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es Straftat ist, aber ist es illegal, jemand, der da ist und sich für eine illegale Handlung ausspricht, die sozusagen als Tierquälerei gilt? Und wovon er definitiv nicht wissen kann, ob der Hund oder das Tier das möchte und wir haben auf der anderen Seite einen Tierschützer. Das ist doch nicht die Augenhöhe, die es hier sein sollte. Wir haben uns darauf schon verständigt, dass wir heute alle Karten auf den Tisch packen, da auch Klartext sprechen und ich freue mich darauf. Haben wir irgendwie als Gesellschaft Angst davor oder ist dieses Thema so unangenehm? Was bewegt die Gesellschaft dazu, dass sie sagt, auch unter diesem Video, ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass wieder Leute auch schreiben werden, warum bietet ihr so einem Thema überhaupt die Plattform? Das passt doch überhaupt nicht, sowas sollte gar nicht besprochen werden. Doch, doch, nein, warte, warte. Das ist nicht der Point. Es ist nicht der Point, dass man nicht darüber, über dieses Thema grundsätzlich reden darf, dass das existiert. Der Point ist, dass so wie das Thema da präsentiert ist, so wie Leroy, Leroys Stil auch für diese Art von Interviews ist, ist, dass es halt immer geframed wird als zwei Meinungen, die erstmal gleich gut sind und jetzt tauschen wir uns mal aus. Das ist das grundsätzliche Framing von Leroy, im Regelfall. So, es sei denn, dieses Video macht's total anders, aber es wirkt auf mich jetzt nicht total anders. Und das ist doch das Problem an der Stelle. Ich mein, imagine, imagine, weiß ich nicht, der Rechte würde sagen, ich geh gern nachts auf Friedhöfe, Buddel, äh, Leichen aus und schlaf mit denen. Und dann, also, imagine, Leroy würde dann das dazu sagen. Also einfach der Wortlaut von Leroy dazu, dass da jetzt jemand sitzt und nachts auf Friedhof Leute ausbuddelt. Ich bin super froh, dass ihr beide hier seid und, äh, ja. Ja, einfach vor dem Hintergrund. Hört das, was Leroy sagt, noch mal vor dem Hintergrund. Wir haben uns darauf schon verständigt, dass wir heute alle Karten auf den Tisch packen, da auch Klartext sprechen und ich freu mich darauf. Haben wir irgendwie als Gesellschaft Angst davor oder ist dieses Thema so, so unangenehm, was, was ... Könntest du ja auch sagen, ne? Also, du könntest ja genauso reagieren auf so ein Thema. Was bewegt die Gesellschaft dazu, dass sie sagt, so, auch unter diesem Video ... Erst buddeln, dann knuddeln oder wie? Oh Gott, alter Chat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, lass Verein aufmachen. Erst buddeln, dann knuddeln. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass wieder Leute auch schreiben werden, warum bietet ihr so einem Thema überhaupt die Plattform? Das passt doch überhaupt nicht. Sowas sollte gar nicht besprochen werden. Aber ich sehe es total anders, was passiert. Nur warum sind die Meinungen so verschieden? Ich erkläre euch jetzt einfach mal eindeutig, weshalb das Video von Leroy absolut ekelhaft ist, dort den Zoophilen einzuladen. Denn, passt auf, vor zwei Jahren, also 2021, hatte Leroy mal ein Gespräch mit einem Zoophilen hochgeladen, welches aber mittlerweile auf YouTube und auch auf Funk gelöscht wurde. Stimmt, es gab, es gab es schon mal. Da war man folgende Person und schon da, wo... Das war länger her. ...in den Kommentaren. Ja, 2021, ich bin doch dumm, ich höre nicht zu. ...massivst kritisiert, dass man so einer Person eine Plattform bietet. Zu sehen war der Typ hier, den habe ich auch einfach mal zensiert. Damals hat er sich nämlich freiwillig in dem Video gezeigt. Jetzt wurde aber ebenfalls ein Zoophiler eingeladen, um ebenfalls von seiner Liebesgeschichte mit seinem Hund zu berichten. Und schaut mal bitte, wie komisch das ist. Ey, zufälligerweise hat der Typ die gleichen Klamotten an und sieht genauso aus, wie der Typ von 2021. Also kann es sein, dass Leroy bereits schon diese Person kannte und die Geschichte von ihm kennt und weiß, wie ekelhaft er ist und wie er zu diesen Tieren steht? Ich glaube schon. Und schon damals wurde sich genau darüber aufgeregt, überhaupt einen Zoophilen zu sich einzuladen und ihm da wirklich eine Bühne zu bieten. Ja, es ist doch auch so klar, dass du nicht bei einem Tier in der Lage bist, einzuschätzen, ob das Tier das möchte oder nicht. Und dann im Zweifel vielleicht einfach das dann sein lässt. Krasse These, ich weiß. Und man muss auch sagen, im Zweifel nicht einen Hund zu f***en. Allein, dass ich das ausspreche, Digga. So ein Thema bringt halt auch... Dass das überhaupt nichts außer Unmut gegen Zoophile. Und jetzt lädt Leroy genau wieder exakt die gleiche Person ein, nur dass er diese diesmal zensiert hat, damit genau die... Chat sagt, er behauptet ja, er will das. Ja, natürlich behauptet er das, weil er das Framing ja braucht für eine Rechtfertigung. Aber wie ich gerade gesagt habe, er kann das ja nicht wissen. Wie soll er denn sicher gehen, dass der Hund das wirklich... Digga. Dieser Michael seine räudige Story über seine Liebesbeziehung mit seinem Hund berichten kann. Und da muss man ja auch nicht smart für sein, um den Gedankengang zu verstehen. Junge, man hat vor allem schon in den ersten Sekunden des Videos von Leroy gemerkt, dass dieser Michael GV mit Tieren komplett in Ordnung findet, solange es halt einvernehmlich ist. Dieser Michael... Ja, aber wann ist es denn... Ey, Digga, das ist doch der... Nee, sorry, nee, ich schrieg mich nicht... Nee, nee, ich werde jetzt nicht wütend werden wegen sowas. Ich schreie jetzt nicht rum. Nee. Ist halt absolut krank, hat sich keineswegs gebessert oder verändert. Und Leroy lädt den Typen trotzdem ein, obwohl der ganz genau weiß, dass er GV mit Tieren vollkommen in Ordnung findet. Obwohl das übrigens seit 2013 in Deutschland... Seit dem 13.7.2013 ist es gemäß, bla bla bla, Tierschutzgesetz verboten, ein Tier für eigenes... ...zu nutzen oder für Selbstverhandlung Dritter abzurichten oder zur Verfügung zu stellen und dadurch zu artwidrigem Verhalten zu zwingen. ...verboten ist. Also dafür kannst du angezeigt werden und eine hohe Strafe erhalten. Und natürlich kommen dann Aussagen von Michael wie diese hier, weil er ja hinter seinem King steht. Woran hast du denn festgemacht, dass das jetzt gerade einvernehmlich ist? Also, ne, weil es fehlt ja genau dieser Punkt. Ich denke so, ja, wie machen das denn Menschen? Ein Mensch hat, wenn es anständig läuft, viele Stufen, wo er selber aktiv zeigt, okay, ich bin jetzt bereit dafür. Aber das kann man doch durch Körpersprache und Handeln, ja, dass man sich zum Beispiel dann... Erst wenn man spielt und dann, wenn man spielt, kommen irgendwann irgendwann unweigerlich auch, zumindest vom Rüden, irgendwelche sexuellen Tönen-Spielchen. Wenn man sich dann anbietet und der Hund geht darauf ein, dann sehe ich nicht, warum ich da jetzt noch einen Vertrag machen sollte. Ey, ich kann das nicht. Ich kann das jetzt auch nicht erklären, Digga. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das eines der wenigen Themen ist, wo ich niemandem, zero Menschen in diesem Chat, das sagen muss. Also, sonst ist immer so, selbst bei sehr offensichtlichen Sachen kann ich mir vorstellen, so, okay, es gibt, ne, wenn irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie viele Leute gerade zugucken oder so. Aber unter den tausend Leuten, die zugucken, gibt's vielleicht, weiß ich nicht, sonst immer so ein paar, die vielleicht nicht so ganz getten. Ich hab das Gefühl, hier gettet das doch jeder, dass man das nicht machen sollte. Das gettet doch jeder. Alter, oh Mann, Alter, oh Mann, als, als wäre er so, weiß ich nicht, als wäre er so verbunden mit den Intentionen von Hunden, Digga. Also, Neeroy, weiß selber ganz genau, wie dieser Michael dazu steht, weil er ja offensichtlich weiß, dass er so Hundeverhaltensforschungssch*** ist ja nichts, was irgendwie so durchgespielt ist, was irgendwie so gelöst ist, wo die Menschheit so gesagt hat, wir wissen genau, was Hunde denken, wenn sie so und so handeln, immer, egal welche, welche Rasse, wir wissen das immer, es ist total easy und klar, ich, das ist nicht der Fall, das ist einfach nicht der Fall. Schon seit vielen Jahren GV mit Tieren hat, er hatte ihm ja auch schon eine Bühne für diesen offensichtlichen Müll gegeben, aber dennoch muss man natürlich auch hierbei nochmal explizite Fragen stellen. Wie man so, 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 dass er so delusional ist, dass er sich die Lebenslüge einredet, dass das alles einvernehmlich ist und der Hund möchte das und das ist doch völlig klar, er spürt das, bla bla bla. Das ist traurig, dass das so ist, aber dass Leeroy dieser Lebenslüge dann den Raum bietet, weiß ich nicht, Digga. Damit nun jeder weiß, wie ekelhaft die Menschheit ist. Und dann wird natürlich noch am Anfang von Leeroys Video folgendes gesagt, wie der Zoophile halt so denkt. Er sagt auch, dass Zoophilie keine Tierquälerei ist. Ja, Digi, der sagt bestimmt auch, dass die Erde eine Scheibe ist und dass Leeroy mit Kritik umgehen kann. Bro, du checkst es einfach nicht, da bin ich mir wirklich sehr, sehr sicher. So viele Menschen, die... Er sagt halt einiges, natürlich sagt er einiges. Ah, Digga. Die offen preisgeben vor der Kamera, auch teilweise unzensiert, dass sie GV mit Tieren haben und das befürworten, gehören angezeigt, denn das ist eine Straftat. Was ich nicht ganz verstehe ist, dass Leeroy in einer Phase, wo er wirklich zu Recht teilweise, teilweise auch finde ich überzogen, aber teilweise definitiv, zu Recht kritisiert wurde. Und dass er in dieser Phase dieses Video rausbringt, obwohl er damals doch schon einen Shitstorm dafür bekommen hatte. Also damals hatte er doch offensichtlich, maybe sogar mit demselben Typen, auf jeden Fall aber zu demselben Thema, was rausgebracht und hat einen Shitstorm dafür bekommen, weil er damals diese Perspektive, die einfach falsch ist, sehr viel verbreitet hat auf seinem Kanal dadurch. Und das tut er jetzt basically wie... Das rall ich nicht. Das rall ich nicht, dass er nicht in dieser Phase jetzt so ein bisschen sensibler ist, vielleicht ein bisschen mehr laid back, vielleicht überlegt, okay, was bring ich jetzt gerade raus? Was wurde an mir jetzt so kritisiert? Was soll ich da vielleicht nicht machen oder so? Also, selbst wenn er öffentlich nicht auf die Kritik eingeht, aber dass er es für sich so ein bisschen zum Anlass nimmt, mehr abzuwenden. Du hingegen, erhebst diesen Typen einfach zweimal in dein Format ein, um Klicks damit zu machen. Um mehr geht es doch noch nicht. Als ob es dir hierbei um Aufklärung geht. Denn schon beim ersten Video, was wir über diesen Michael gesehen haben, hatte man schon sämtliche Synapsen verloren und konnte nicht glauben, was der Typ von sich gibt. Imp hat dazu übrigens immer noch eine Reaction online. Da kamen halt solche Takes hier. By the way, Triggerwarnung, das könnte jetzt äußerst erschreckend werden, aber... Ja, spätestens jetzt Triggerwarnung, lol. Oh, bitte. Pit, don't push. Was? Das musst du kurz erklären. Push. Was hat er gesagt? Hier, by the way, Triggerwarnung, das könnte jetzt äußerst erschreckend werden, aber bitte. Pit, don't push. Pit, don't push? Was hat er gesagt? Das musst du kurz erklären. Also, wenn es nicht passt, dann drück mich noch nach. Ach, irgendwie doesn't fit, don't fit. Don't push, sowas? If it don't fit, don't push, sagt er. Ah, Chad sagt, was er gesagt hat. If it doesn't fit, don't push. Boah, Digga. Digga. Da lacht er so, ne? Wie stellst du sicher? Ja, so wahrscheinlich. Auf Hände und Knien und warten. Und warten. Ja, wenn er will, springt er auf. Wenn er nicht will, springt er nicht auf. Musst du jetzt sein. Ja, das ist nicht spektakulär. Ich ersprach euch jetzt einfach mal den Rest, denn das ist wirklich verstörend ohne Ende. Also, Leeroy wusste ganz genau, wie dieser Michael drauf ist, wie er denkt und wie er auch zu GV mit Tieren steht. Er gab ihm schon mal eine Bühne und hat das Video allerdings in der Vergangenheit offline genommen. Und jetzt denkt sich Leeroy daraufhin, ey, ich weiß, wie dieser Typ über GV mit Tieren denkt und wie er auch dazu steht und dass er auch immer noch eine Liebesbeziehung damit führt. Pass auf, da mache ich ja direkt noch ein Video drüber, denn das kommt bestimmt wirklich super gut an. Denn alles läuft natürlich unter dem Deckmantel der Aufklärung. Ja, wie gerade gesagt, das ist das, was ich so am wenigsten ralle, dass er in der aktuellen Phase ein Video basically wiederholt, dass er schon mal gemacht hat, gelöscht hat, weil er dafür einen Schütznamen bekommen hat. Mit demselben Thema, eigentlich sogar mit demselben Dupe, maybe. Leeroy, du bist richtiger Aufklärer, Zoophile dort einzuladen. Auch wahnsinnig gute Aufklärung, wenn jemand permanent in dem Video erzählt, wie gut es doch ist, eine Beziehung zu Tieren zu führen, dass es ja auch einvernehmlich stattfinden kann. Ich komme persönlich darauf nicht klar, zumal Leeroy schon in der Vergangenheit sehr oft darauf hingewiesen wurde, dass solche Treffen absolut nichts bringen. Junge, was willst du denn bitte bei Zoophilen trifft Tierschützer hören? Ja, echt, das, das sind, das ist einfach befremdlich, sowas so auf dieselbe Stufe gegenüberzustellen. Ist doch wohl eindeutig, dass jeder normal denkende Mensch und jeder Tierschützer definitiv nicht das befürwortet, für was ein Zoophiler steht. Also, das findet niemand in Ordnung, ebenso findet das auch unser Gesetz nicht in Ordnung. Da braucht es halt einfach keine Gespräche, weil es selbstverständlich ist. Sorry, dass ich hier gerade so laut bin, aber sowas triggert mich einfach. Ich finde dieses Thema ist wirklich so ekelhaft und das Video, in dem hier eine Bühne bietet, das ist wirklich Schmutz bis zum Gehtnichtmehr. Mensch, wie Michael, für nötig. Ey, Magda, danke für die Dronen. Ich bin selber Hundemama und der Gedanke daran, dass es sowas gibt. Ja, das auch, der Gedanke überhaupt daran, dass es das gibt, ist schon, finde ich, hart. Ist schon, finde ich, hart. Also, Digga, also, das ist so unvorstellbar, dass man einen Hund neben sich hat, mit dem Hund irgendwie, ich meine, ihr wisst es, ne, ich passe manchmal auf Clara auf hier, auf den Hund so. Es ist so unvorstellbar, mit dem Hund zu kuscheln und sich dann zu denken, boah, jetzt habe ich aber Bock, Digga. Professionelle Hilfe, weil das ist nicht normal, das ist kein normales menschliches Denken. Und außerdem benötigt der Typ auch noch eine Anzeige wegen Verstoß gegen... Ich meine, an der Stelle, nochmal. Ich weiß nicht, woher so eine Neigung kommt. Man kann nichts dafür, wenn man irgendeine Neigung hat. Aber man kann was dafür, diese Neigung auszuleben. Das ist halt der große, große, große Unterschied, so, weil dafür kann er was. In das Tierschutzgesetz. Mehr aber auch nicht. Man lädt doch auch keinen Mörder ein, der dir gerade sagt, dass er immer noch dabei ist, Leute umzubringen. Ist zwar jetzt gerade ein überspitztes Beispiel, aber ungefähr so dämlich ist das Ganze. Zumal Leroy hierbei ja wusste, wie Michael tickt und dass sich Michael auch nicht geändert hat. Übrigens kommen wir direkt mal noch zu dem Punkt maximaler Kritikunfähigkeit. Leroy hat halt wirklich das nötige Fingerspitzengefühl, um Leute komplett hops zu nehmen und um sich halt auch direkt komplett unbeliebt zu machen. Die Bewertungen auf seinem neuesten Video sind derzeit nämlich ziemlich gemischt. Er hat 1000 Likes und 1000 Dislikes. Und ratet mal, ob man auch kritische Kommentare direkt über Leroy sehen konnte. Richtig, natürlich nicht. Stattdessen wurde der Zoofhile als ekelhaft und gestört bezeichnet. Der Zoofhile sieht schon aus wie ein... Oh nee, Digga. Aber sowas sind auch wacke Kommentare. Der Zoofhile sieht schon aus wie so ein Fagge... Allein schon seine Haltungsschuhe. Haltung, Schuhe. Come on. Das lässt man halt natürlich durchgehen. Wenn man aber natürlich Kritik und Fehler von Leroy auf... Es ist auch jetzt nicht das Niceste zu sagen, Menschen mit einer bestimmten Haltung, mit bestimmten Art von Schuhen sind doch bestimmt... Digga. ...zeigt und das in die Kommentare schreibt, dann wird das direkt gelöscht. Das Ganze habe ich nämlich zufälligerweise zuletzt in meinem Livestream getestet. Und meine Zuschauer konnten sogar live zusehen, wie Leroy meine Kommentare einfach löscht. Nice, einen fucking zu vielen hier noch die Bühne zu bieten. Ich dachte, man lernt nach unzähliger Kritik daraus. Schade. Irgendwie wird gelöscht. Gehen wir auf anderen Accounts. Gehen wir auf meinen zweiten Kanal. Niemand kann einen. Jetzt switcht er den Account. Also, weil man kann mit dem eigenen Account kann man seine Kommentare teilweise selbst noch sehen. Selbst wenn sie sonst niemand sehen kann. Nur deswegen switcht er jetzt den Account. Für alle, um das zu erklären. Das kann man ja relativ schnell überprüfen. Dann sortet man nach neuesten. Scrollt. Kommentar ist weg, Leute. Gutes Video. Obwohl es auch sein könnte, ganz kurz, dass die Kommentare alle nicht... Ja, nee, warte mal. Da waren ja neuere Kommentare. Was ich sagen wollte, ist, es kann sein, dass alle Kommentare erstmal geprüft werden. Alle. Und deswegen nicht angezeigt werden. Video. Ich gebe jetzt ein gutes Video. Ich gebe jetzt auf Incaf ein, nice, dass es endlich mal jemand anspricht. Auf Incaf geht's ja auch nicht. Hier, jetzt bin ich ja auch freigegeben tatsächlich. Also, schreib... Ja, okay, Digga. Dann ist es halt schon, dass das eine nicht durchgelassen wird und das andere durchgelassen wird. Es gibt... Es gibt noch ne Randchance. Ganz kurz. Ich bin jetzt Devils Advokat, so, ne? Es gibt ne Randchance, glaube ich. Dass manchmal Kommentare... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, bei YouTube ist es so, dass manchmal YouTube selbst vorerkennt, dieser Kommentar könnte kritisch sein oder könnte Spam sein oder sowas und es deswegen selbstständig nicht anzeigt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist ne Restschance, die hier passiert ist, in der Theorie. Aber es ist auch sehr wahrscheinlich, auch von dem Verhalten, was wir kennen, dass Leeroy manche Sachen durchlässt, manche nicht. Ich habe etwas Positives, dann ist der Kommentar auch einfach freigegeben, weil steht ja nichts Negatives drin. Als ich dann aber diesen positiven Kommentar bearbeitet habe und daraus einen kritischen Kommentar verfasst habe, ist Folgendes passiert. Ich dachte, man lernt... Ich gehe jetzt mal auf Incaf und schaue mal, ob der Kommentar so da ist oder ob der dann praktisch auch wieder... Ne, Kommentar ist nicht mehr da, Leute. Also, wirklich an der Stelle, diese Restwahrscheinlichkeit, die besteht, ich kenne das selber. Mir hatten, äh, es ist in den letzten Jahren vereinzelt immer mal wieder vorgekommen, dass ich irgendwie gesehen habe, wie jemand gesagt hat, warte, bei Rezo, da ist ein Kommentar gelöscht worden oder da werden Kommentare gelöscht oder so, was halt, wo ich mich gar nicht für interessiere, also so gar nicht. Ähm, ich habe mich noch nie dafür interessiert, Kommentare zu löschen, irgendwelche Bloglisten zu erstellen oder so. Ich glaube, ich habe wirklich innerhalb von acht Jahren Social Media habe ich auf all meinen Kanälen in Summe vielleicht, ich weiß gar nicht, 20 Leute geblockt oder so. Also wirklich nicht viel, äh, weil es, ich fühle das einfach nicht. Aber auch bei mir ist das teilweise, dass halt automatisch das System, das kann zum Beispiel sein, wenn jemand spammt, wenn jemand irgendwie 20 Kommentare hintereinander schreibt oder drei oder vier oder fünf ganz, ganz schnell, dass dann das System einfach sagt, nee, ich zeig dich jetzt nicht mehr so an. Also, egal, wie man versucht, Kritik an die Re-Run zu tragen, man wird dort einfach direkt gelöscht. Es geht nicht, du kannst keine Kritik an die Re-Run zu tragen, die auch nur irgendwie Sinn ergibt. Also, man kann halt wirklich nichts Negatives oder Kritisches gegenüber Le-Roy äußern, ohne instant gelöscht zu werden. Genau, also es kann alleine durch dieses Fucking, könnte es an der Stelle sein, ne? Aber egal, gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Und die Krönung ist, und das erinnert mich mal wieder an das damalige Statement-Video zu der Funk-Thematik. Hate-Kommentare gegen so viele? Ja, die werden natürlich durchgelassen. Hauptsache, der lässt drin, what the fuck, was für ein ekelhafter Mensch. Ich hätte keine Sekunde mit ihm reden können. Vielen Dank an den Tierschützer, dass er dies ausgehalten hat. Also, wenn man schreibt, Junge, du bist ein ekelhafter Mensch, dann wird das nicht gelistet, geblacklistet. Beleidigungen werden wahrscheinlich generell nicht geblacklistet. Wenn du aber schreibst, Junge, du gibst in so vielen hier gerade eben ne Bühne und man nicht aus der Kritik lernt, dann wird einfach der Kommentar gelöscht. Nice, Leroy. Wirklich super, super erwachsen. Wenn andere Hate abbekommen, dann ist das komplett in Ordnung. Aber wenn du selber einen kritischen Kommentar abbekommst, Junge, also das geht wirklich gar nicht. Habe ich auch schon häufig gesagt, nie ne gute Idee. Der muss direkt gelöscht werden. Bis auf diesen Kommentar tatsächlich. Das war einer der ganz, ganz wenigen kritischen Kommentare, die sogar stehen gelassen wurden. Das ist aber vielleicht auch nur deshalb, weil... Okay, ich lese ihn jetzt nicht vor. Es war halt ein kritischer Kommentar. Der Kommentator auch seinen Kommentar bearbeitet hatte. Er schrieb nämlich folgendes dazu. Diesmal geht es echt zu weit. Also, diesmal geht es echt zu weit, das sehe ich allein schon im Intro. Ja, es ist richtig, dass es keine Tabuthemen gibt. Achso, er hat es bearbeitet nachträglich und deswegen ist der Kommentar dann durchgekommen. Oh Mann, alter, smarter Move. Aber es ist nicht hilfreich und schon gar nicht informativ, da jemanden hinzustellen, der ganz offensichtlich schon nach 30 Sekunden zeigt, dass er keinerlei Verständnis für sein eigenes Fehlverhalten aufbringen kann. Dass er nicht rafft, dass nichts davon jemals freiwillig sein kann, damit er es direkt, damit ist er direkt unten durch bei mir. Ich werde mir das Video nicht ansehen können, da werde ich noch aggressiv. Das sehe ich schon allein im Intro. Ja, es ist richtig, dass es keine Tabuthemen gibt. Ja, brauchen wir dies nicht zweimal vorgelesen haben. Und da auch in Leroy's Richtung, wobei es war mehr Kritik gegenüber diesen Zorophilen. Also dementsprechend wurde es wahrscheinlich auch prächtig durchgelassen. Es ist halt aber nicht mehr lustig, wie sich Leroy's Kanal entwickelt hat. Früher dachte ich mir so, ey, super sympathischer Typ, sehr aufklärender Mensch. Ich fand Leroy mal cool, naja. Ja, ich finde auch, Leroy hat sich dieses Jahr besonders, also gab es schon immer Punkte, die nicht, oder die zu kritisieren waren. Ich fand, es war immer schon klar, dass er jetzt nicht kritische Interviews führt. Das war schon immer so. Eva, danke dir. Das Tier findet maybe diese Handlung nicht gut. Wir können alle eine Transferleistung bringen. Wir können alle eine Transferleistung bringen zu Millionen und Abermillionen Tieren, die auch keine Zustimmung geben und an denen Handlungen vollzogen werden, die garantiert nicht im Sinne der Tiere sind. Mittlerweile denke ich mir, Junge, wie viel hältst du bitte von dir, so dass du nichts an dich ranlässt? Er mag zwar mit seinem Kanal und seinem Format... Ist aber nicht vergleichbar. Naja, je nachdem, welchen Aspekt man vergleicht, also... ... erfolgreich sein, aber wenn das wirklich weiter so geht, dann geht dieser Kanal den Bach runter und das komplett zurecht, denn so etwas... Dazu sagte Jonas Ems noch was. Ja, es kann sein, dass der dann in die Richtung noch gesprochen hat. Was Kritikunfähiges habe ich in meiner YouTube-Karriere wirklich sehr, sehr selten gesehen. Er muss ja nicht mal immer auf Kritik antworten, Dinge instant umsetzen, aber er kann sie ja wenigstens versuchen mal wahrzunehmen. Denn das, was er macht, ist, ja, also vor dem Problem einfach mal flüchten. Ich denke, das ist nämlich der richtige Weg. Und was mich auch nervt, ist folgendes. Er bekommt perfekt aufgezeigt, wie problematisch seine Inhalte in vielen Hinsichten sind. Übrigens, dieses ist nicht vergleichbar. Ist manchmal so ein bisschen... Es ist sehr vieles miteinander vergleichbar. Also, selbst wenn man sagt, so, das kannst du nicht vergleichen, das ist ein Äpfel- und Birnenvergleich. Selbst Äpfel und Birnen kannst du miteinander vergleichen. Also, absolut. Also, in so vielen Hinsichten sind Äpfel und Birnen voll vergleichbar. Aber die Frage sollte bei einem Vergleich immer sein, hilft der weiter? Also, können wir daraus was lernen aus dem Vergleich? Sollten wir den Vergleich tun? Das ist die Frage. Aber grundsätzlich kann man sehr vieles miteinander vergleichen. Nero hat zum Beispiel richtig gut belegt, dass dieser Leibwächter von Hinsicht nicht der Leibwächter von Hinsicht war und dort auch nur Sch*** erzählt hat. Und anstatt, dass Leroy jetzt im Nachhinein endlich mal ein Statement postet, dass das, was er dort hochgeladen hat, halt wirklich uninformierter Schmutz war, kam wirklich rein gar nichts dazu. Und das war, obwohl ich das Nero am Anfang... Birnen und Straftaten wird ein schwieriger Vergleich. Okay, das ist richtig. Birnen und Straftaten. Also, eine Obstsorte und das Konzept, das abstrakte Konzept einer Straftat, das ist schwierig zu vergleichen. Ich kann ja auch noch das hier äußerte. Ich erinnere nochmal, das Video heißt, wie ist das, Hinsicht als Leibwächter zu sein? Und auf der... Beides juicy, ja weiß ich nicht. Im Thumbnail steht, er hat... ...beschützt. Und wie wir alle wissen, ist das... Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Junge, nicht mal das Thumbnail oder den Titel hat er geändert. Obwohl... Stimmt, good point. Ich dachte gerade, wieso reden wir jetzt wieder über dieses Ding von einem Leibwächter, von Adolfs Leibwächter oder Nicht-Leibwächter. Aber, weil das ist ja auch ein altes Thema, aber Alpha Kevin führt es jetzt hier an, übrigens gutes Standbild, Alpha Kevin führt das Thema jetzt hier nochmal ganz kurz an, um zu sagen, hey, da wurde kritisiert, dass du geschrieben hast, dass das Adolfs Leibwächter ist. Dabei hat sich rausgestellt, das war gar nicht Adolfs Leibwächter. Und er hätte ja nach der Kritik, ähm, wenigstens das Thumbnail ändern können. Also selbst wenn er nicht öffentlich was dazu sagt, hätte er ja, weil er lockt ja immer noch Klicks mit dem Thumbnail, so. Also das ist schon ein Point, den man nochmal anführen kann, so ja. Mein Tinder-Date mit einem Typen, der mich gefragt hat, ob ich mit seinem... Digga, what the fuck? Ich hatte mal ein Tinder-Date mit einem Typen, der mich dann gefragt hat, ob ich mit seinem Huhn... Digga, what the fuck? Geld, 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 Geld. Ein bekannterer Hundetrainer auf Facebook hat mal eine Hündin aufgenommen, die zu S-Sternchen-Sternchen-Öllenhandlungen ausgebildet. Diese Hündin hatte ihr Leben lang schlimme Albträume. What the fuck? Wo sind wir hier gelandet, Digga? Ey. Ey, es ist so grauselig. Wie, wie... Wie kommt man im Leben an den Punkt? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass diese Geschichten wahr sind, so. Hier von Chasnero über vier... Wie kommt man im Leben an den Punkt, eins von den letzten beiden Doni-Texten zu machen? ...hier 150.000 Aufrufe bekamen. Und ihr müsst euch das jetzt einfach mal vorstellen. Deutschland... Danke, Anna. ...führt einen Krieg. Von sich aus. Und der Leibwächter meinte daraufhin, dass sie ja als Soldaten sehr lieb zu den Leuten waren, die sie ja überfallen... Ja, das war sowieso... Ja, das war sowieso... Also diese... Digga. Einfach ein Dude, der früher nah war und sich dann schön redet, dass das ja gar nicht so schlimm war. Und die war... Die waren super... Was hat er denn noch gesagt? Irgendwie... Wir hatten zu den Russen ein gutes Verhältnis, die fanden es klasse, dass wir da waren oder so. Ich weiß nicht mehr exakt, was er gesagt hat, aber es war so... So vom Vibe in die Richtung. Die waren immer sehr vornehmen gewesen. Also offensichtigeren Käse kann man doch nicht unmoderiert uns so stehen lassen. Und natürlich passiert das alles nur, weil Leeroy keine Ahnung vom... Digga. Nee. Er hatte irgendwas gesagt in die Richtung so, ja, die Bevölkerung da, die waren immer nett zu uns. Und so, die waren immer zuvorkommend. Ja, Digga. Wenn Nazis in mein Land einmarschieren würden und die Soldaten um mich rumstehen mit Waffen, wäre ich auch nett zu denen. So was... Was... Was glaubt... Digga. ... den Zweiten Weltkrieg hat. Junge, die sind dort nicht mit Samthandschuhen dort langgegangen und haben die Leute am besten noch gestreichelt und höflich darum gebeten, etwas Essen zu bekommen. Da wurde halt wirklich nichts Kritisches gegenüber diesen Herren geäußert, welche die damalige Zeit permanent beschönigt hat. Junge, ich fahre hier gleich aus der Haut, weil ich finde, so etwas Kritisches kannst du... ... einfach nicht stehen lassen. Also, was muss man noch machen, dass Leeroy... Alles ja, danke. ... endlich mal merkt, dass der einfach Scheiße hochlädt, Scheiße einfach drin lässt und nichts an sein Verhalten ändert. Von dem AfD-Video brauchen wir hier gar nicht sprechen, denn ab da an habe ich sowieso die Hoffnung bei seinem Kanal verloren. Denn das hat er natürlich, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach immer noch unverändert online. Ich bin halt ehrlich sprachlos und kann wirklich sagen, ich habe mittlerweile aus wirklich sehr vielen, sehr, sehr guten Gründen diesen Kanal deabonniert. Wer wirklich so unendlich kritikresistent ist, jeden einzelnen, auch nur minimal kritischen Kommentar gegen sich löscht, dem ist das auch irgendwo nicht mehr zu helfen. Pass auf, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben jetzt die Möglichkeit, weil gerade vor ganz kurzer Zeit, vor einer Stunde oder so, hat Saschka ein Video rausgebracht, vor einer Stunde, Leeroys Lügen. Wie viele Fehler darf er sich noch erlauben? Alles beim alten Fragezeichen. Ein Video, was jetzt nicht über dieses Thema geht, sondern generell über Leeroy geht. Und sollen wir das im Anschluss jetzt, ja, ich entscheide das jetzt einfach, wir gucken das im Anschluss, weil wir sind jetzt gerade einmal bei dem Thema, Saschka-Videos sind immer gut, dann ist das jetzt ein, eine, eine Rutsche. Sonntag, 18 Uhr, euer Lieblingstag mit eurem Lieblingsgirl Saschka. Ja, Mann! Bereits vor einem Jahr habe ich in einem meiner Videos Leeroy Matata thematisiert, da er sich mehrere Aktionen leistete, ohne diese zu kommentieren, zu korrigieren oder näher zu behandeln. Seitdem kamen immer mehr andere Kritik-Videos von anderen YouTubern dazu und Leeroy verlor an Sympathie und... Oh, was für eine schöne Website. Ah, wir machen die gerade wieder schöner. Wir machen die gerade wieder schöner. Unglaubwürdigkeit und das, obwohl man eigentlich gar nicht so viel von ihm gefordert hat, nämlich das Einordnen von gewissen Themen, Aussagen seiner Gäste und eine fähige Moderation. Also der geht hier sehr glücklich raus. Leeroy, du hast Ruben und der AfD so einen richtig dicken Gefallen getan, dadurch, dass du nicht widersprochen hast, dadurch, dass du es einfach hast durchgehen lassen und deinen Followern und deinen Viewern sehr, sehr viel Desinformation im Sinne der AfD weitergereicht hast. Tatsächlich... Ich stimme dem zu, was der Mann da gerade gesagt hat. Ich finde das richtig, was der Mann da gesagt hat. Ich passierte danach genau gar nichts, also außer, dass Leeroy beschloss sich von Funk zu trennen und meines Empfindens nach auf eine subtile Art und Weise Funk an allem die Schuld gegeben hat. Manchmal blieb für mich die kreative Freiheit etwas auf der Strecke, weshalb es, glaube ich, jetzt auch an der Zeit ist, dass ich die Dinge wieder genau so umsetze, wie ich persönlich sie für richtig halte. Doch alles... Ja, das ist das am wenigsten Schlimme von allen Punkten, dass man bei der Trennung eher so subtil sagt, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt frei. Das, was sich änderte, war, dass Leeroy einfach immer mehr Kritik bekam und das alles selbst verschuldet war. Was führte aber dazu, dass Leeroy vom Goodboy-Image zum Operat wurde? Was genau hat Funk damit zu tun? Warum schweigt er eigentlich, obwohl er so offen ist für Kritik? Feedback nehme ich generell erstmal ernst. Ich wünsche es mir sogar. Das alles besprechen wir heute. Das war ein gut rausgesuchter Clip, Sascha. Das war an der Stelle ein gut rausgesuchter Clip. Live an eurem Lieblingstag mit... Es gibt wirklich wenig Leute, die so, die so krass in der Social-Media-Welt auf Kritik gar nicht reagieren. Also es ist wirklich so, so kompletter Merkel-Style. So egal, was passiert, einfach nicht reagieren, weitermachen. Eurem Girl, Sascha. Huh! Doch warum nimmt die Kritik zu Leeroy so enorm zu? Der Mainpunkt war dieses Video, ab dem es immer mehr bergab ging. In diesem Video wurden etliche Desinformationen verbreitet und Leeroy ließ diese durch, ohne diese kritisch einzuordnen und äußerte sich danach auch nicht zur Kritik. Und viele kritisierten seine passive Art bei einem doch so heiklen Thema. Aber eigentlich gab es schon davor diverse Aktionen, die einen komischen Beigeschmack hatten, aber noch nicht... Ist das nicht bei allen Politikern so? Nein, nein, nein. Also es gibt schon manche Politiker, die gehen mehr ein auf irgendwelche Sachen und andere, die gehen weniger ein auf irgendwelche Sachen. Also ist schon unterschiedlich. Nicht so doll thematisiert wurden. Also ich würde jetzt schon sagen, dass jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt völlig unabhängig von der Partei, dass jetzt ein Habeck mehr, glaube ich, auf Dinge eingehen würde als ein Olaf. Also schon, oder? Also es ist jetzt auch nichts gegen die SPD. Du kannst auch sagen, dass Kevin Kühnert mehr eingeht auf Kritik, auf Kritik als Olaf Scholz, würde ich auch sagen. Also einfach vom Vibe habe ich schon das Gefühl. Seltsame Konstellationen. Zwei Weifflaschen oder Gläsern Bier. Kann ich auf einmal voll gut Englisch. Und das hilft mir natürlich auch, um aus dem Mikronas mit den Frauen, die halt auch turisch sind, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Und der Fokus schien immer... Ja, das war auch, glaube ich, in einer Phase, wo Ron schon genau dafür kritisiert wurde. Und... Ey, ich habe... Also ich gucke ja auch solche Interviews dann manchmal, ne? Wenn ich dann so am Aufräumen bin oder so, ne? So wie ein Podcast. Manchmal höre ich einen Podcast, manchmal gucke ich mir dann so ein Interview an. Und für mich war immer, immer, immer klar, dass es für mich keinen Sinn machen würde, mich von Leeroy interviewen zu lassen so. Weil es einfach langweilig wäre. Er wäre einfach nicht kritisch genug. Also er würde nicht mal kritische Fragen stellen. Also... Ich meine, es gibt nicht so viele YouTube-Interview-Formate. Aber jetzt... Ich meine, Tim Gabel, falls ihr den Podcast von dem kennt, der ist jetzt auch nicht übelst kritisch. Aber der grätscht schon rein, wenn das für ihn keinen Sinn macht. Also das ist einfach mehr ein Gespräch. Oder selbst ein F***-Kuchen-TV. Wenn... Also wenn der ein Interview führt, dann ist ein Kuchen-TV besser vorbereitet und kritischer als ein Leeroy. Doch. Ich glaube, diese Aussage kann man so machen. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Und der Fokus schien immer mehr auf extremeren Themen zu liegen. Was waren denn für dich so diese ersten Warnsignale? Wo du heute sagst, boah, hätte ich das gewusst, dann weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht selber mich wehren können. Aber es war mir nicht so klar, dass das eine Grenzüberschreitung ist. Als die Kritik immer lauter wurde und die Moderation dafür nicht besser, hat er sich von Funk getrennt und gab auf eine subtile Art und Weise... Wenn du so ein richtiges Kritikgespräch mit ihm führen würdest, wäre es schon mega. Ach so, du meinst, ich soll mit ihm ein Kritikgespräch führen? Nee, ich glaube, da würde er sich nicht drauf einlassen. Also ich glaube, da ist er, glaube ich, nicht so down für. Bisschen Funk die Schuld. Hauptsächlich hat er... Außerdem wäre ich da auch nicht so down für, weil dann müsste ich mich vorbereiten. Da hätte ich gar nicht die Zeit zu... Also hätte ich gar nicht Lust, mir das nochmal alles irgendwie aufzuschreiben. Weil ich finde das voll wichtig, dass wenn man in ein kritisches Interview reingeht, dann musst du im Kopf da sein. Sich in seine Kreativität eingeschränkt gefühlt. In so einer Zusammenarbeit muss man sich natürlich auch abstimmen. Und manchmal blieb für mich die kreative Freiheit etwas auf der Strecke. Also interviewen ist ein Skill, Leute. Interviewen ist ein richtig krasser Skill. Und manche Leute, die können das sehr, sehr gut und andere Leute, die können das weniger gut. Ich wurde ja, also vor allen Dingen in den Jahren 2019, 20, wurde ich sehr viel interviewt von so auch Presseleuten teilweise. Und da habe ich voll den Unterschied wahrnehmen können. Voll, voll krass. Also habe ich auch ganz häufig so eine halbe Stunde, Stunde oder so mit Leuten teilweise dann gesprochen. Wer übrigens sehr gut interviewen kann, wer sehr gut interviewen kann, gönnt euch mal den Alles-gesagt-Podcast von der Zeit. Also die sind so gut darin, einfach Themen aufzugreifen, das Gespräch weiterzuführen. Die sind f***ing gut, Digga. Ist unfassbar. Auch in seiner Spendenbereitschaft. Ich wollte zum Beispiel eine Spendenaktion machen für Ingrid. Und ich weiß, ihr wolltet das auch. Ich habe es an euren Kommentaren ja gesehen. Aber in einem öffentlich-rechtlich finanzierten Beitrag geht das eben nicht. Und das ist nicht mal Funkschuld. Ich verstehe das auch. Aber das wird sich jetzt ändern. Doch ist das so? War er wirklich eingeschränkt bei diesen Themen? Dazu habe ich mir seine Laufbahn... Christoph Amend ist das bei Alles-gesagt. Und Jochen... Sch***. Wie heißt er mit Nachnamen? Jochen Wegner? F***er, ich bin so kacke im Namen. Nach dem Ausstieg angeguckt, inwiefern er offener und kreativer geworden ist. Und vor allem, ob es vielleicht doch eine andere Motivation gab. Ich habe mit Podimo gequatscht und die gönnen uns 45 Tage kostenlos auf alle Inhalte. Ihr bekommt nämlich eine Flasche, die ist keine normale Wasserflasche. Da füllt ihr aber normales Leitungswasser rein. Und oben auf der Flasche klemmt ein Duftpott. Aber damit das nicht mehr passiert, kommt jetzt Surfshuttle-Spiel. Ich möchte, dass ihr genug trinkt. Ich habe früher selber viel zu wenig getrunken. Und diese Flasche hat mir dabei geholfen, einfach mehr zu trinken. Ich finde den Point sehr gut geführt. Es stimmt, es wirkt so, als wäre der Grund für die Trennung eher, dass er mehr Werbung jetzt oder halt jetzt Werbung machen kann. Und dass es halt finanziell sich bei so einem großen Kanal natürlich wahrscheinlich mehr lohnt als Funk. Kann man drüber spekulieren, weiß man jetzt nicht so. Auf der anderen Seite wäre das kein Kritikpunkt, den ich jetzt führen würde. Also hat jetzt die Sascha ja auch noch nicht geführt. Das herauszufinden, müssen wir natürlich die Zeit von Leroy bei Funk und außerhalb Funk vergleichen. Er hat auch diverse Videos. Aber es ist fein, also ich finde es ist fein, sich auch von Funk zu trennen und zu sagen, ey, ich will halt mehr Placements machen. Und ich, Digga, ich habe hier einen Kanal, der ist so riesig groß. Und alle anderen mit so großen Kanälen machen super viel Geld. Ich will jetzt auch mal hier absahnen oder so. Also es wäre eine Sache, die würde ich ihm nicht vorwerfen. Video ist hochgeladen, an dem man das ganz gut beobachten kann. Und wenn man sich das anschaut, dann sind die Themen nach dem Abschied von Funk ähnlich zu den Themen, wie unter der Leitung von Funk beziehungsweise in der Zeit, die noch bei Funk unter Vertrag waren. Themen wie Alter. Das haben wir unterschiedlich. 83 Jahre alt, 14 Jahre alt. Guck mal, das ist zum Beispiel ein Triff, wo ich mir denke, das ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch irgendwie was Cooles. Weil beide Perspektiven werden dargestellt als, du gehst da rein erst mal und es ist, beide Seiten haben sich gegenseitig was zu erzählen. Du kannst von beiden Seiten lernen. Weißt du, das ist halt dieses Ding. Deswegen sehr befremdlich, wenn so was mit Zoophila und Tierschützer passiert. Verschiedlichen Perspektiven, aber dennoch ein großer Hauptpunkt. Jungfrauen oder Menschen, die einen Unfall hatten, finden sich sowohl vor der Funkzeit, während der Funkzeit, als auch danach. Und besonders das Thema rund um die Erwachsenenbranche scheint es Leeroy besonders angetan zu haben. Camgirls, Prostituierte, Menschen, die viel Geschlechtsverkehr haben, versus die, die keinen haben, Erwachsene Filmdarstellerinnen, Menschen mit Fetisch, Menschen, die im Gefängnis was haben, Dominas, Sklaven von Dominas, Mädels, die sich selbst als Bimbo-Doll bezeichnen, Menschen, die es achtmal am Tag machen und wenn nicht genug Stressig hat, das mittlerweile gelöschte Video von Leeroy, wie er einen Zophilen besucht. Also Menschen, die gerne einen Akt ausführen mit den Tieren und das Ganze in einem perfiden Fall als Liebe betätigt. Was ist eine Bimbo-Doll? Chat, ich glaube, eine Bimbo-Doll ist... Keine Ahnung. Also ich habe so ein Gefühl, aber ich hätte jetzt voll die Schwierigkeit, das so in einem Wort, in einem Satz zu definieren. Es ist ja ein offensichtlich puppenhafter, optischer Stil, dass man sagt, ich möchte Lippen ganz prall und ganz große Augen und blonde Haare und so wie so eine Barbie-Puppe so ein bisschen sein. Ich glaube, darum geht es ein bisschen. Wo konntet ihr dann sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit? Wüsste ich nicht. Wüsste ich auch nicht. Wie gesagt, das sind tausend Kleinigkeiten. Wir fangen jetzt nicht wieder an, uns darüber aufzuregen. Chat, wir haben gerade ein Video zu genau dem geguckt. Für alle, die nicht dabei waren, wir reißen es jetzt nicht nochmal auf. Ich kann das emotional nicht. Also ich weiß, bei ihm und mir war es nach dem ersten Mal ist er deutlich stärker darauf, mich zu beschützen. Selbst dieses Video ließ Er war danach deutlich stärker darauf, ihn zu beschützen. Was heißt das denn jetzt? Was heißt das denn? Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht mit deinem Hund sowas machen und dann denken, ach krass, er will mich mehr beschützen. Das heißt, es hat ihm gefallen oder was? Digga, what the fuck? Wie kann man, wie kann, ich reile nicht, weil das so auf, weil das so auf der Hand liegt, dass das kein sinnvoller Gedankengang ist, finde ich das erstaunlich unterschreckend, wie delusional man sein kann, um nichts zu erkennen, dass dieser Gedankengang keinen Sinn ergibt. Nee, ey, sorry, nee, jetzt. Chat, ihr habt recht, ich wollte mich gar nicht aufregen. Wie ist es, wenn Menschen Tiere lieben? Ähm, also romantisch und sexuell, auch wenn es kein einfaches Thema ist, hat Leroy versucht, diese ungewöhnliche Neigung zu verstehen. Kanälen promotet, wo ich mich frage, in wel... Auch keine Einordnung, ne? Dass das illegal ist, also auch damals schon war, ähm, und irgendwie eine Einordnung. In welchem Sinne hat jetzt eigentlich Funk Leroy kreativ eingeschränkt? Gerade wenn man bedenkt, dass er eine Story gepostet hat. Hat Funk die Themen vorgeschrieben? Nein. Wäre auch ein super komisches Gefühl. Funk gibt manchmal Input und macht Vorschläge, aber am Ende sind es unsere Themen und Entscheidungen. Wo er zugegeben hat, dass Funk angeblich keine Themen vorgibt und ebenfalls wurde das Format von der Produktionsfirma von ihm und seinem Bruder produziert. Nämlich heißt er eigentlich Marcel Gerber, wonach Leroy mehr Einfluss, als nur ein normaler Moderator gehabt haben müsste. Wollte er noch mehr dazu machen? Hat ihm Funk vielleicht nicht erlaubt, eine Art Selbstversuch wie bei Tomatolix durchzuführen? Ist es das? Oder hat ihm Funk nicht erlaubt, über den Zweiten Weltkrieg zu berichten, ohne dabei Falschinfos zu verbreiten? Denn über den Zweiten Weltkrieg beziehungsweise Protagonisten durfte er berichten während der Funkzeit. Das Ganze hat er dann aber nach der Funkzeit ein bisschen extremer gestaltet. Während der Funkzeit hätte er wahrscheinlich nicht sagen können, dass das der Leibwächer war, was tatsächlich nicht mal richtig war. Und damit mit einer Falschinformation entspricht. Abgesehen davon war der letzte überlebende Leibwächter Hitlers Orochus Misch, der am 5. September 2013 gestorben ist, also vor knapp 10 Jahren. Das war der letzte. Leroy mal im Ernst, hast du es nötig schon im Titel und Farnpläne zu lügen? Muss das sein? Hat da vielleicht jemand die Klicks vom Herbert-Döring-Interview gesehen und wollte auch einfach mal so richtig auf den Putz hauen? Das ist natürlich echt gemein von Funk, dass sie einen einschränken, wenn es so um Fehlinfos geht. Was soll das denn? Wir sind doch hier in einem freien Land. Ist das jetzt verboten oder was? Ist verboten? Ist nicht die Grauzone, ne? Okay, okay. Ja, hier, natürlich. Das nennt man Einschränkung. Tatsächlich war ja Leroy nicht der Einzige, der sich zu Funk geäußert hat, sondern auch Funk hat sich zu Leroy geäußert. Und zwar auf Nachfrage von Übermedien. Sie haben ebenfalls die tolle... Übermedien. Auch awesome übrigens. Ähm, Funk bezeichnet die Zusammenarbeit mit Leroy Matata abschließend als sehr bereichernd für die Zielgruppe. Zusammenarbeit betont, aber haben auch darauf hingewiesen, dass sie eben eine bestimmte Zielgruppe bedienen müssen, nämlich die 14- bis 29-Jährigen. Und manche Projekte von Leroy waren eben nicht so umsetzbar, da Funk hier jugendschutzrechtliche Bedenken hatte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Funk liest sogar dieses zu vielen Ding durch. Wisst ihr, ich empfinde einfach einen Widerspruch, wenn man bedenkt, dass Leroy ja jetzt nach seinem Ausstieg keine anderen Videos macht. Das sind ja irgendwie immer noch dieselben Videos. So, ja, sie dreht halt hier Erwachsenenfilme. Der ist halt 100 Jahre alt und sie hat halt ihren Arm verloren. Also besonders diese Sachen, wo Leute ihre Gliedmassen verlieren, haben es Leroy irgendwie auch angetan. Alles anders nach seinem Ausstieg sehe ich nicht. Mit einem Punkt war unter... Okay, den Punkt, finde ich, hat Sascha sehr hieb- und stichfest geführt, dass Funk eigentlich keine Einschränkung im Content für Leroy... ...möglichkeit gab für die Menschen, in seinen Videos eine Spendenmöglichkeit einzurichten beziehungsweise einen Spendenlink in die Infobox zu posten, obwohl diese dringend Hilfe gebraucht hätten. Und ich weiß, ihr wolltet das auch. Ich habe es an euren Kommentaren ja gesehen. Aber in einem öffentlich-rechtlich finanzierten Beitrag geht das eben nicht. Und das ist nicht mal Fungs schuld. Ich verstehe das auch. Aber das wird sich jetzt ändern. Und hierzu sagt Funk auf Anfrage von Übermedien, Spendenaufrufe seien nur in eng definierten Grenzen zulässig, wenn sie humanitären, sozialen und kulturellen Zwecken dienen, also im allgemeinen Interesse liegen. Okay, das heißt, Leroy hatte damals bei dem Trennen von Funk gesagt, er hätte gerne Spendenaktionen, zum Beispiel für eine einzelne Frau, die irgendwie in Altersarmut, glaube ich, lebt, hätte sie gerne Spendenaktionen gemacht, konnte das aber nicht wegen Funk. Und Funk sagt, ja, theoretisch kann... Also stimmt das, weil für sie hätte er keine Spendenaktionen machen können, er hätte aber generell Spendenaktionen machen können. Wie zum Beispiel Spendenaufrufe nach Naturkartesrufen. Spendenaufrufe für individuelle Personen erfüllen diese Voraussetzungen in der Regel nicht und sind deshalb nicht zulässig. So, das ist jetzt aber eine Sache, die wusste Leroy und da hat er auch gesagt, da kann Funk nichts für und das möchte er jetzt ändern. Ich persönlich empfinde es so, dass wenn es einem wirklich darum geht, etwas für eine Person zu tun, die du als Gast in dein Video eingeladen hast, dann würdest du etwas für sie tun. Denn Leroy hatte ja auch andere Kanäle. Er hatte ja seinen Instagram-Kanal, er hatte seinen Zweitkanal, der nicht zu Funk gehörte und wo er auch ebenfalls Gäste einlädt. Ja, den Punkt haben... Also, den Punkt mit dem Zweitkanal hatte schon, ich weiß nicht, ob es Nero war oder Alpha Kevin oder so, darauf hingewiesen und das ist ein absolut richtiger Punkt. Ähm... Und das macht auch diesen Point ein bisschen wack, dass Leroy das überhaupt gesagt hat, weil hätte er dieser Frau irgendwie helfen wollen, hätte er es machen können. Er hat Kanäle auch damals gehabt, die nicht bei Funk waren. Selbst wenn er das nur als Sequenz vor dem Video gesagt hätte, wäre es ja in Ordnung gewesen. Aber er tut ja so, als ob es eine Sache der Unmöglichkeit gewesen wäre, für diese Person was zu spenden. Wieder wird so ein bisschen subtil, dass er auf Funk geschoben, obwohl man noch im selben Satz sagt, nee, da können die ja nichts für. Aber wenn die nichts dafür können, warum musst du es unbedingt erwähnen und war das wirklich für dich ein ausschlaggebender Punkt, um Funk zu verlassen? Denn ich habe hier... Mimi sagt, äh... Klingt einfach wie eine Ausrede. Ja, also ist damit ja auch ein bisschen klar, ne? Weil, also, es ist eigentlich dadurch ja klar, dass es irgendwie ein vorgeschobener Grund ist. Für eine Analyse durchgeführt Zuschauerschaft. Ich hoffe, ihr schätzt das wert. Denn leid... Wir schätzen das alles wert. Echt war das nicht. Es war jetzt keine harte, körperlich anstrengende Arbeit. Doch. Aber es war einfach nur nervig. Also, seit seinem Ausstieg hat er 25 Videos gepostet, mit ähnlichen Themen wie vorher. Ein Video befasst sich mit einem 100-jährigen Protagonisten und weist auf einen Spendenlink hin. Das zweite Video ist das Tierschützer trifft zu vieler Video, welches ebenfalls auf einen Spendenlink hinweist und im Video aktiv benannt wird. Jetzt kommen wir aber wieder zu einem Aber. Obwohl er das ja mit als einen der Hauptgründe aufgeführt hat, frage ich mich, ob es hier nicht vielleicht einen eher anderen Grund gab, warum er Funk verlassen hat. Und zwar der monetäre Aspekt. Nämlich ist das so, dass wenn man ein Partnerkanal bei Funk ist, darf man durch seine Videos keine Einnahmen generieren. Deswegen sind sie auch immer demonetarisiert. Und davor, als auch dazwischen, läuft keine Werbung, weil Funk eben zu den Öffentlich-Rechtlichen gehört und von der GEZ finanziert ist. Leeroy kriegt hier also keine Einnahmen durch YouTube, sondern... Also ich glaube, man kann nicht mal solche Sachen machen, wie auf eigenes Merch oder eigene andere Shops oder so verweisen. ...ein festes Moderationsgehalt durch Funk. Ebenfalls darf er keine Werbung innen... Also es war jetzt nicht negativ gemeint. Also auf der anderen Seite ist es halt, Leute werden safe bezahlt. Was je nachdem, wie groß der Kanal ist und wie unsicher und schwankend die Views vielleicht sind oder wie lang auch die Videos brauchen und wie viel Arbeit sie brauchen oder so, ist eine sehr, sehr gute Sache. ...Videos platzieren und so zusätzliche Einnahmen schaffen, was ihr von vielen anderen YouTubern kennt. Ich wünschte, ihr würdet das auch von mir kennen, aber wo sind die geilen Firmen, mit denen man kooperieren kann? Eher ab, zisch ab, Junge. Es reicht. Von den 25 hochgeladenen Videos beinhalten 13 davon eine Produktplatzierung. Mehr als jedes zweite Video also. Wenn wir es ganz genau nehmen, sind es eigentlich 17, weil vier davon Werbung sind für einen anderen Kanal. Zwar einen Funkkanal, aber das Ganze produziert von der Produktionsfirma von Leeroy und seinem Bruder. Und obwohl es ein Funkkanal ist und keine Einnahmen entzieht durch die Klicks, ist es dennoch wichtig. Einfach nur mehr Geld. Ich hätte auch gerne 40k im Monat. Aber es... Er hat... Hä? Wo kommen die 40k her? Hat er... Also ich gehe davon aus, dass mehr als 40k sind bei ihm. Wenn er so viel... Wenn er so viel Placements macht... ...wichtig, dass sein Kanal performt, weil Funk nach einer gewissen Zeit entscheidet, ob sie den Kanal einstampfen oder weiterlaufen lassen. Das heißt, es ist also auch in dem Interesse von der Produktionsfirma, dass der Kanal gut performt, weshalb Leeroy wahrscheinlich auch viermal jetzt insgesamt Werbung dafür gemacht hat. Und hey, hier, guck mal, hier sind das Video und da, 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 da. Aber von mir aus können wir auch gern bei den 13 mal bleiben, was ja auch schon häufig genug ist. Also, wow. Und wenn man sich halt die Produktplatzierungen anschaut... Ja, also, 13 von... Ich finde, es kommt darauf an, wie die Produktplatzierungen sind. Weil 13 von, ähm, also bei Channeln wie Simplicissimus ist, glaube ich, jedes Video ein Placement. Oder fast jedes Video. Ich will jetzt nicht hier zu viel sagen. Aber ich finde, es ist fein, je nachdem, wie die Produktplatzierungen umgesetzt sind, wie sehr sie passen, für wen es ist, etc. Schaut, und welche Produkte da überhaupt beworben werden, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Leeroy einfach alles nimmt, was reinkommt. AirUp, VPN, irgendeine Neobank. Ich hab so ein bisschen... Ja, das ist nämlich das Problem. Weil ich glaube, ich glaube, er hat teilweise auch für... Ja, hat er nicht für Sachen Werbung gemacht, was so weirde, ähm, weirde Krypto, so risky Krypto-Geschichten, so Gambling. Ich hatte da so am Rand was mitbekommen, dass das jetzt auch kritisiert wurde, dass es so, äh, so Casino, jetzt Realtalk, Casino. Ja, lol, ne? Glücksspiel und NFT, Krypto, etc. neulich. Ja, Digga. Also, das ist, finde ich, viel eher, äh, der, der Point. Also, äh, von mir aus kann jeder in jedem Video Werbung machen, ist ja jedem freigestellt, das zu tun, und jeder kann ja einfach dreimal skippen und ist dann durch, wenn er's nicht gucken möchte. Aber die Frage ist halt, für was macht man Werbung so? Und ja, ich weiß auch, an jeder Brand kann man irgendwas kritisieren, aber Casino, NFT, äh, so Gambling, Krypto-artige Sachen, ist halt schon ein anderes Level, ne? Wie das Ganze platziert wird. Also, ich verstehe, dass das, halt, Werbung auch immer unabhängiger wird. Und auch wenn ich jetzt meine Firma gut finde und wirklich mit der zusammenarbeiten möchte, dann mache ich eine videounabhängige Werbung. Das heißt, wie eine Art Werbeblock. Aber in diesem zu vielen Dingen mitten im Video zu platzieren, dass ihr vielleicht mal darüber nachdenken solltet, dass private Daten von euch im Internet sind. Und das heutige Video wird unterstützt von Incogni. Wir surfen nämlich jeden Tag fast vier Stunden im Internet und hinterlassen dabei eine Menge persönlicher Daten. Und die sind leider oft nicht so sicher, wie wir uns das eigentlich wünschen und werden gespeichert oder sogar missbraucht. Das solltest du vielleicht mal deinem Interviewpartner sagen. Ob der das wirklich will, dass das Internet weiß, dass er mit seinem Hund Liebe machen kann, kann man das nicht. Ich finde auch, dass es ein bisschen misplaced, ne? Also, warte ganz kurz, warte ganz kurz. Verstehst du richtig? Diese Werbung für ... für Incogni, dass du, wenn du Sachen im Internet guckst, dass dann Leute weniger wissen, was du da machst, dass du keine Spuren hinterlässt. Diese Werbung kam, wo es gerade um ... um illegale Aktivitäten ging. Nicht nennen, ne? Das ist ... Mit Incogni kannst du deine Privatsphäre schützen. Digga, das ist ... Das sind schon Sachen, die fühlt man doch vorher, oder nicht? Also, fühlt man nicht vorher, irgendwie ist das misplaced? Incogni wendet sich nämlich an die Datenvermittler und fordert die Löschung deiner persönlichen Daten. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist, Incogni einmalig damit zu beauftragen. Und der ganze Prozess, der danach verstanden geht, funktioniert automatisch und ist kinderleicht. Tatsächlich habe ich auch einen Erfahrungsbericht. Also, es ist jetzt nicht on top of the list von Sachen, die jetzt kritisch sind, aber es ist auf jeden Fall, hätte das besser laufen können. Danke dir. ... dazu gefunden, und zwar vom VPN-Tester. Und der fand die Plattform eigentlich so lala. Zwar konnten private Daten aus dem Internet entfernt werden, aber die Hälfte davon gar nicht. Da komme ich aber zu der anderen Seite, nämlich die Daten, die noch immer in Bearbeitung sind. Ja, und ich muss jetzt sagen, das ist jetzt vom Dezember 2021 und jetzt haben wir Ende, Mitte Oktober 2022, also noch ein Dreivierteljahr, gibt es immer noch 39 Firmen, die meine Daten nicht gelöscht haben. Das hat sich auch noch monatelang Wart nicht geändert. Und das, obwohl man ja monatlich irgendwie dafür zahlt. Ja, aber wenn Leroy mir in einem zu vielen Triff-Tierschützer-Video sagt, dass die meine Daten entfernen können, dann glaube ich das. Weil er hat gesagt, dass alles anders wird. Okay, er hat nicht gesagt, dass es besser wird. Äh, jetzt verstehe ich das. Leroy, Mann, 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 der Trickser, der Trickser. Interessanter sogar noch, es gibt diverse Erfahrungsberichte, die die Plattform als Scam betiteln und behaupten, dass die Seite selbst private Daten weitergibt. Auch wurde Leroy letztens auffällig, da er ein Frank... Okay, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, keine Ahnung. Dazu kann ich nichts sagen, ich kenne das Produkt nicht. Ähm, und ich würde bei Produkten sowohl im Positiven als auch im Negativen immer auf Einzelerfahrungsberichte mit Vorsicht genießen. Weil, ähm, wenn im Internet irgendwer irgendwas schreibt, weiß man nicht. Aber dieses Video, das davor gezeigt wurde, das, finde ich, war schon sehr aussagekräftig mit dem Test, dass nach einem Dreivierteljahr oder so ganz vieles noch nicht gelöscht wurde. ...königes Gewinnspiel gestartet hat, wo er ein paar Personen verlinkt hat, denen man folgen musste, die irgendwie nicht so ganz koscher schienen und anscheinend in Verbindung stehen zum Glücksspiel. Und ich glaube, diese Art von Gewinnspiele kennt ihr, wo man halt irgendwie 25 Leuten folgen muss, wo die Person, die das Gewinnspiel veranstaltet, nicht mal selbst... Chat sagt, ist wie Amazon Reviews, kannst du die meisten in die Tonne kloppen. Ja, teilweise ja. Nicht nur bewarb Leeroy mit der Werbung für den Kryptokerl, dem man zwingend folgen musste. Also, einzelne Erfahrungswerte, die anonym im Internet stehen, in keiner Richtung gebe ich denen großen Wert, wenn es um die Bewertung von Produkten geht. Wozu man aufgefordert wurde, damit man... Wenn jetzt jemand sich ein komplettes Video Zeit nimmt und erklärt, warum eine Sache gut oder warum eine Sache schlecht ist oder so, das ist natürlich was anderes. ...antizipieren konnte, über ihn höchst riskante, gefährliche Trading- und Investitionsmöglichkeiten mit Hebelangeboten jenseits von Gut und Böse, sondern auch ein Casino, ein Krypto-Casino, um genau zu sein. Wenn ich hier so die Pressesprecherin mehr von Leeroy... Ja. Scheiße, jetzt können wir das auch nicht auf Funk schieben, ne? Das kann man nicht auf Funk schieben. Ja, puh. Also, ich dachte gerade, als ihr es im Chat geschrieben habt, dachte ich noch so, kann das wirklich sein, Casino? Aber offensichtlich ja, Casino. Boah. Boah. Und genau so verhält sich auch Leeroy. Er sagt gar nichts dazu. Alle Statements, die Leeroy bisher von sich abgelassen hat, waren entweder auf irgendeinen Nonsens bezogen, was nicht mal auf ihn bezogen war, also wie eine Art Schumann-Argument, oder das Ganze hat er einfach subtil auf ihn anders geschoben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein sehr altes System. Aber ich kann euch eins sagen, da in diesen ganzen Büros sitzen auch sehr viele junge und vor allem motivierte Leute, die an diesen Projekten mitarbeiten und dass manche dieser Projekte dann irgendwie nicht so cool werden für die Leute, die da arbeiten, das ist traurig, aber es liegt, glaube ich, auch oft daran, dass sie mit einer gewissen Angst im Nacken arbeiten, dass ein kleiner Fehler, keine Ahnung, einmal falsch gegendert oder eine Triggerwarnung vergessen, direkt einen riesen Shitstorm auslösen kann. Weder kann er das Ganze umsetzen, ist es so... Oh Mann, Alter. ...was er in diesem Video gesagt hat, noch kann er vernünftig argumentieren, warum das alles Sinn macht, was er aktuell macht. Denn mal ehrlich, ganz objektiv betrachtet, zumindest meines Empfindens nach, wird es einem klar, dass es hier um Reichweite geht, extreme Themen und Einnahmen durch egal welche Mittel. Aber natürlich klingt das nicht so gut, wenn man sagt, hey, ich habe es mir langsam genug hier mit Funk und ich möchte jetzt mal ein bisschen Kohle sehen. Deswegen sagt man... Ich würde das nicht kritisieren, wenn er das so sagen würde, wie ich gerade schon sagte. Also ich finde es ein bisschen sad, weil am Anfang, als die erste Phase wieder losgegangen ist, irgendwie von dieser ganzen Leeroy-kritischen Sachen, habe ich immer in den Reactions, ihr wisst es, noch dazu so einschränkend gesagt, hey, ne, weiß ich nicht, da sind manche Sachen, die kann ich total nachvollziehen, die stimmt total, aber er kriegt auch gerade echt viel Shit ab. Aber das Problem ist, dass es man halt irgendwann sagen muss, es ist selbstverschuldet, dass er so viel Shit abbekommt. Weil es jetzt wirklich nicht ist, dass sich eine Dynamik gegen ihn grundlos aufgebaut hat, in der Bubble oder in der Szene, sondern dass er immer und immer wieder, also nicht mit einem Fehler, nicht mit einem Fail, nicht mit einem Thema oder so, sondern wirklich jetzt an verschiedenen Stellen, sich so verhalten hat, dass das halt so passiert. Ja, ich bin so ein bisschen in meiner Kreativität eingeschränkt gefühlt. Und obwohl er so kritikoffen ist, möchte er eben nichts dazu sagen. Das merken auch seine Zuschauer und rennen ihm davon. Und das Ganze vielleicht auch zu Recht, denn man kann nicht behaupten, dass man das eine tut, während man etwas komplett anderes tut. Meines Empfindens nach, ne, ich muss das immer sagen, es ist mein Empfinden, es ist kein Fakt oder so, aber das, was ich jetzt daraus entnehmen kann, ist, dass der Fokus auf den Einnahmen liegt. Es geht doch hier nicht um Kreativität. Bei den Werbungen ist es hierbei ganz egal, ob es gut gewählt ist oder nicht. Also außer bei diesem Video, denn das ist ein Link zu einer Erwachsenen-Webseite. Seine verme... Was war das Video? Wie ist das mit 19... Achso, Darstellerin zu sein. ...diesem Video, denn das ist ein Link zu einer Erwachsenen-Webseite. Seine vermeintlich gute Intention, auf Sachen, Geschichten oder Personen aufmerksam zu machen, geht hierbei unter und das ist schade, denn es gibt wirklich gute Berichte über Personen, die einsam sind, über Personen mit Schicksalsschlägen oder Menschen mit besonderen Berufen. Er hat ja spannende Themen, aber irgendwie wird das Ganze immer mehr zum Trash-TV. Besonders durch seine Aktion und vor allem, dass er einfach gar nichts dazu sagt. Und das ist schade. Ja, das verstehe ich auch nicht. Leeroy hat sich immer dargestellt und wirkt ja auch wie jemand, der sich die Zeit nimmt, eigentlich über Dinge zu reden. Das ist ja sein Kanal, so schon immer gewesen. Und dann nicht über eigene Themen zu reden, ist weird. Also ich verstehe das noch, dass man irgendwie, wenn eine Sache schade gelaufen ist, dass man dann einfach sagt, okay, ich sage da jetzt nichts zu, weil ich habe daraus gelernt und ich glaube, wenn ich was dazu sage, wird es noch größer oder so, dann, ne, und man lernt daraus und dann geht es weiter oder so. Das verstehe ich noch. Aber irgendwann, glaube ich, wäre es schon gut. Besonders, wenn man sich hinter einer Veränderung tant, hinter einem Ausstieg und sagt, hey, ich möchte ein paar Dinge ändern, ich möchte auf Personen und Schicksale aufmerksam machen. Das Einzige aber, worauf er aufmerksam macht, sind seine komischen Aktionen, die irgendwie kein Ende nehmen. Aber wie seht ihr das? Denkt ja, das ist alles unbeabsichtigt und das kommt jetzt vielleicht alles zusammen und Was soll er denn noch groß dazu sagen? Ja, was heißt noch groß dazu sagen? Also, also, er könnte ja wenigstens Verständnis zeigen für die, die validen Punkte, so. Und dann, weiß ich nicht, wenigstens so Sachen wie, ey, ich ändere mal das Thumbnail, wo draufsteht, dass das Adolfs Leibwächter ist, obwohl er das wahrscheinlich gar nicht ist. So, weiß ich, einfach solche, wenigstens so solche Sachen, keine Ahnung. Ey, gutes Video von Saschka. Ich finde, das hat noch mal ein bisschen rausgesumt. Es hatte auch noch mal Punkte drin, die jetzt einfach so grundsätzlich sich einfach ein paar Fragen gestellt haben, die jetzt nicht bezogen waren, nur auf einen Skandal. Fand ich sehr, sehr gut, dass sie jetzt so die, ich sag mal, rausgesumte Perspektive in dem Video noch mal eingenommen hat. Video liken. Folgt Saschka. Saschkas Videos sind awesome. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ciao. Bis zum nächsten Mal.